ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ja viel zu heiß! ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab wieder im früheren Musstatt Niklas genommen. Ich kann wieder auslachen jetzt. Das ist mir schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Aua! Wir haben hier gestoßen. Du kannst eigentlich das Beispielprogramm vorstellen als seins. Du verstehst das noch nicht mal. Das ist so sinnvoll. Das kennen wir gar nicht. Das ist die nächste Aufgabe. Das war nicht von Alex. Ich dachte, Alex wäre krasser. Gut, oder? Ich darf nicht den Informatikunterricht besser an. Das ist ultra stark. Wie lässt sich das noch hier? Nein. Jetzt alles weg. Das hat ein bisschen weniger Wackeln beim Fahren. Muss ich das markieren. Es wird nicht besser so. Okay, vielen Dank. Ist gut, reicht. Alles gut. Finde ich ganz getroffen. Also man kann zwar Apple Music anzeigen lassen, was man so am meisten gehört hat im letzten Jahr. Ich habe mir dieses Jahr 41 Mal Planet Deutschland angehört. Ich bezweifle irgendwie, dass das stimmt. Ich kann nur tatsächlich k Jetzt dröhnen, guten Tag. Ich möchte Chat冷 Kobic. Von Rock bleibt, sag dir? Kann ich den Mal hin wieder aus? Kann ich den weiterspielen? Profikoch wieder am Start hier. Man sieht. Oh, Alter. Perfektes Timing hier. Hier ist ein bisschen vom Trailer gelaufen. Jetzt kriegst du es nicht rein. Kaffe ist alles. Das ist wie bei Lieblingsmutter. Ich mach einen Vlog. Andersrum, so rum, ne? Wo? Das dicke Ding ist oben. So. So, so. 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 So, ja. Oh, Alter. Krieg ich denn den Quatsch hier raus? Oh. Oh. Alter. Ich bin Professor. Machst du das schon? Ja. Tja, verkackt, ne? Leck mal ein Tor hier. Verdient. Ich guckst dir mal so. Du hast doch ne Glase. Ich guck mal endlich weiter. Lustiger. Hol mal alles, was du in deinen Hosentaschen hast. Nix in der Hose. Das ist was nicht. Das ist richtig. Das ist dein Bruder, oder? Der wird so ein Scheiß. Das tun halt. Was ist das? Paket. Das wollte ich verkaufen. Seit ein Jahr. Sick. Das kann ja im Laptop drin sein. Keine Ahnung. Guck mal zwei Kameras hier an. Ah. Nee, das ist ein Kitz. Nicht? Nicht? Wieso soll das denn draußen sein? Das sieht nichts aus. Nee, hast du gut gesehen, ne? Das ist behindert. Sag mal warm oder kalt. Warm oder kalt. Ach, dann bin ich jetzt okay. Bisschen gearscht. Mann, du machst die Hülle kaputt. Okay, ich bin achst du, wo der ist. Oh. Geil. Geil. Mann. Scheiße. Hülle sieht komplett zerstört aus, Junge. Oh, dann, Alter. Ich hab Muskelküller beim Lachen jetzt. Ist im Clickbait nicht, ist im Clickbait. Ist im Block, Digga. Aber da siehst du auf. Das finde ich sie gut. Aber... Digga. Okay. Du Fick. Fuck. Scheiße. Komm nicht im Block rein, sag ich dir. Mach das. Du. Das haben wir jetzt auch mal. Nein. Sind hier Windeln drin? Oh. Digga. Geht's ein Schläge oder was? Nein. Es ist weg. Ist egal. Ich geb auf. David Dobrik. Hast gewonnen. Im nächsten Block schreib ich das, sag ich dir. Lass mal loskeln. Okay, Mary, du hast ein Schlagtest. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Schlag. Auf. Straviler Wut wollte ich sagen. Auf dem Kopf ist er zumindest. Du hast gesagt, dass du wegkommst. Du hast gesagt, dass du wegkommst. Du hast gesagt, dass du wegkommst. Und ich esse mich. Ach so. Ich auch. Ich auch. Du hast Appetit. Ich hab Appetit. Appetit? Nein, ich hab ein Apple iPhone. Du hast ein Appetit. Du hast gesagt, dass du wegkommst. Was? So. Du hast group grapes. Du hast einen Appetit. Du hast acht. Du hast gesagt, dass du derecho. Ich bin. Es ist nicht. Ich bin. Tschüss.